Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alice 19 Erdengrad Ich hab gerade mal kurz geguckt warum der hier rum geht Hab dann gemerkt ups da liegt ein Ball Das ist natürlich super Wenn da so ein blöder Ball liegt Dass der da hängen bleibt Ja Dass das hängen bleibt der bleibt stehen Gegen ein bisschen Gas hätte ich auch nichts gell Fächer Auf Lege mehrere Komm Weiche 5 Meter selber Oh ganz schlimm Gut Dann Zumindest den Abfahrer rufen auch wenn ich nicht den Abfahrer eingestellt Geht das? Abfahrer mann Und stopp Jetzt fährt er Ok super Das freut mich Dann fahr ich hier lieber mal nach So 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 Ich hab schon gedacht So Du Du Dann Dann Ich glaub man dann alles zusammen Und stellen den da vorne Oh 119 prozent dafür der langsamer oder nicht mal nicht gefällt einer hat das langsamer hatte ich noch mal wenn man den mal kurz hier hin haben wir hier mal kurz kurs auf zahlschutzfeld wird man da auch mal ein kurs wir müssen auf der spur bleiben hoffen dass kein zug kommt und dann weiter ja bis hierhin reichstein also 12 wird wird haben wir mit ihnen einfach einfach bremsen machen wir gleich ich möchte mal hier ach warte mal wenn ich so noch stimmt was waren das würde ich jetzt bei einer heimschiede 13 und 17 also direkt hier wir haben wir haben was wir haben wir haben Ok, ähm, Plusgenerierung, 1. Einmal U2, dass ich nicht schlafe. So. Perfekt. Genau. Ähm, Waffen. Genau. War mir klar. Der Falschfaden. Wie er geradeaus verlehrt. Genau. Genau. Alle. Und dann mal jetzt den. Und dann den nach Hause. Fahren da aber auch gerade einen Kurs an. Da. Und dann dann nochmal den nächsten Mal. Damit der mal... Ja, warte, wo ist denn die extra Stelle? Ah, beim Händchen. Na ja, gut. Dann fahre ich da zuerst hin. So. Hier ein bisschen langsamer. Und dann fahre ich da. Und dann fahre ich da. Ja. Ja. So. So. Okay, reich. Oh, was mache ich denn? So. 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 Genau. So. Wie soll man denn hier hin? Echt? Na ja. Hopp. Na ja. Wollen wir jetzt keine Zeit, für. Das müssen weh der Schaffe. dann muss da jetzt rein also schräg dann muss der jetzt so ich habe aber nicht mal ein kurs zwischen zwischen die zugenommen hier steht wir haben das jetzt nicht aussuchen können weißt du das müssen was ist jetzt dein problem verstehe ich noch geht es weiter geht weiter so du hier der hafer musste auch zu dann machen wir das einfach alles so 13 sind ich doch nicht dass er da einmal quer rüber ist wenn wir schon sehen was ihn kriegt ich habe vorfahrt machen was will man da machen ging so dringend und eben auch genannt dann kommt es auch sagt gut eine größere paletten da ist mir günstige doppelte im und in der kommen auch noch was man noch brauchen ist etwas anderes als sie kann ich okay und kauf nur lozburg okay okay noch mal eine ganze kleine buchstamm Ah, das ist doch Du hast doch hier stehen Oh, das war Okay Ich mache schon mal das Das Let's go. Dann... Ah, ich muss kurz hier. Oh, hab ich mir den getankt? Oh. Ich glaub der ist voll. Dann müssen wir mal abholen. Die... Gehen wir dort um? Äh, nur Mops. Komm. Mal durchschneiden. Wo sind die Maschine hier? Im Gepäck. Oh, oh, oh. Ach. Niemals stehen hier in ganz... Ja. Keine Schilder mehr. Mir ist der Name gerade entfallen. Erdengrad, genau. Äh, wo dahinten? Na, oh, 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 oh. Na, oh, 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 oh. Dann können wir hier eigentlich schon hellbar gestehen. Ich schrei. Oh, Alter, ich schrei. Scheiß, ich schrei. Die schrei... Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Also, Abo, Daumen, Nichts Verpassen und dann ist die nächste Folge. Ciao.